Meine Damen und Herren, wir kommen auch zu einer ganz, ganz besonderen Musik. Die Musik hat ihre Wurzeln im Gospel und in der frühen amerikanischen Baptistenkirche. Und diese Musiker, kann ich Ihnen versprechen, sind wirklich Vollblutmusiker, die Ihr Handwerk verstehen. Und, was noch viel wichtiger ist, Sie haben sehr viel Liebe zur Musik, Liebe auch zu den Pferden und Liebe zu Ihrer Musikrichtung Bluegrass. Herzlich willkommen, Farmer's Breakfast und Get Up Jump! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020